Ja gut, das ist aber auch Google-Übersetzer-Deutsch, ne, das ist ja... Das ist geil. Fernab jeglicher Realität. Und die versuchen, einen anderen Sender innerhalb des Bereichs, wenn sie standardmäßig mit der Erdnisschaftszeit ausgerichtet werden, also können sie sich durch die Blöcke zu verbinden. Ja, weißt du Bescheid. Gibt's da... Oh! House! In the middle of our street! Ja, so ungefähr. Hast du das Auto eigentlich wieder, oder? Bist du noch auf waghaltiger Suche? Ne, ne, das Auto steht hier. Oh ja, hast du ja gut gemacht. Also beim Schiff. Hättest du es natürlich jetzt gar nicht verlieren müssen? Ja doch, das ist ja selbst... Die Handbremse ist an, es fährt trotzdem einfach los. Ja, die Handbremse ist jetzt wieder schuld. Ja, anscheinend hast du wieder keine Handbremse eingebaut, sondern nur ein Hebel, wo draufsteht. Hier ziehen, dann bremst das Auto. In der Möglichkeit passiert gar nichts. Sagen wir mal bitte, wie das funktioniert. Wahrscheinlich sind wir nicht etwas... Innerhalb der ersten 1000 Meter, ja danke. Richtig nicht hilfreich einfach. Ja, das ist halt ärgerlich, ne? Das wäre ziemlich cool, wenn es gehen würde. Ja, wenn ich jetzt direkt daneben bin, eine Stationsblock setze. Vor allem, wir haben mir tausende Stationsblöcke, dank dir. Ne, das sind nur 96 oder so. Aber sie... Keine Ahnung. Ja, vor allem, das müsste das nicht sogar sich potenzieren. Ich meine, da wären das ja... Keine Ahnung. 8000 Blöcke weit. Was? Na, wenn ein Stationsblock 1000 Blöcke reicht, dann und ich 8 gebaut habe, wenn es 8000 Blöcke reicht. Ja gut, aber bildet ja einen Bereich um sich herum von 1... Pff, von 1000. Pff, von 1000. Also, mit diesem Auto flippe ich auch so. Du hast das falsch verstanden. Ich glaube auch. Ich renne mein Teil, ja irgendwann bleibt es schon stehen. Oh Mann, ey, wie schaffst du das immer? Vor allem, der Scheiß funktioniert auch nicht mal, wenn ich einen Block direkt daneben setze. Auto stehen bleiben! Vielleicht finden sie auch unter welchen paar Ressourcen, die du mitbringen kannst. Ja, das könnte durchaus sein, ne? Wäre ja gar nicht mal so schlecht. Ne, die Rotze hier funktioniert auch nicht mal, wenn ich einen Block direkt daneben setze. Das ist natürlich scheiße. Ist der Server denn überhaupt auf der 1.10, oder? Der Server müsste seine aktuelle Version haben. Da wäre ich mir nicht so sicher bei Nitrado. Der hat Version 1.1.1.0.0.0.8. Was? Dein Ernst? Ja. Der ist nicht aktuell. Weiß ich nicht. Und zwar bei weitem nicht aktuell. Wie ist denn die komplette Nummer von dem momentanen Update? 0.1.1.1.0. Ja. Die Nitrado-Versionsnummer hat ja eine weitaus längere Nummer als die Spielnummer. Update. Du hins. Ja, aber trotzdem eine 1.0.8. Eine 1.0.0.0.8. Gut, das macht es jetzt ja nicht besser. Also im Grunde ist das bei, wenn du es darauf sehen willst, 1.1.1.0. Oh, bin ich ja schon wieder am Schiff? Alter, ohne Spaß. Warum liegt hier immer irgendwas im Weg? Weil nicht einmal die Entwickler haben, solange die Nummern. Ach, ich bin schon wieder tot. Bist du sicher, dass da... Bist du sicher, dass das aktuell ist? Ja. Ja, aber wie gesagt, es funktioniert ja noch nicht mal, wenn ich einen Block 2 Meter daneben setze. Nicht mal dann funktioniert das. Vielleicht funktioniert es auch gar nicht so, wie gedacht. Das ist doch etwas ganz anderes dafür. Ich habe es doch gerade dreimal vorgelesen. Ja. Aber vielleicht geht das nicht für Strom. Ja, aber es ist doch nur eine Batterie. Sondern nur für die Funktionsweisen. Funktionsweise Lagerstoffe. Spür, das ist eine Mauer. Ich habe keinen Bock mehr auf dich. Ja, das kotzt mich an hier. Ich kotze dein gebautes Fahrzeug an. Du schaffst damit auch Sachen. Das ist eigentlich unmöglich. Das ist überhaupt nicht unmöglich, wenn du in eine Kurve fährst. Und da hast du irgendeine Unebenheit. Dann kippt das halt immer das Fahrzeug. Ist halt immer so. Aber ich fahre immer noch besser, als du fliegst. Pissnudel. Ich hole mal, glaube ich, die Aufnahmen raus, wie du gegen Asteroiden geflogen bist. So wird mal sehen, wer Mimi-Mimi macht. Die Konstruktion deines Fahrzeuges ist sowieso scheiße. Jaja, jetzt ist immer der andere. Das sind immer die anderen, die schuld sind Nee, du Ich bin niemand anders Da ich ja nicht du bin Das ist nicht ausreichend geklärt Was ist das denn hier? Platform 3177 7-7 7-7 Also die wird hier angezeigt Aber außerhalb der Empfangsreichweite Aha Wo willst du denn andere zeigen? Egal wo Was sind denn da 1000 x 1000 Meter Was ist denn das? 10 x 10 10 x 10 sind 100 Wo wird dir denn irgendwas angezeigt? Oben, du hast doch oben den Namen Oben links, Platform 3834 Wenn du da rechts auf das Zeichen gehst Habe ich immer 3834 Nee, nicht auf den Pfeil Sondern rechts daneben Auf diese drei Punkte Dafür baust du einfach Okay Ja, da hast du einmal Den Atmosphere Glender Das ist ja Das steht doch direkt daneben Ja, aber ich glaube, es hat keine Antenne Das ist ja ein Stationsblock Ja 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 Ja, stimmt Das könnte doch die hier sein Aber ja, außerhalb der Empfangsreichweite macht Der sind drei Meter daneben Ach, Spiel Du machst mir noch fertig Ich baue jetzt mal einfach so spaßeshabene Antenne Mach das So, weißt du So, ganz spaßeshalber Boah, was? Viel Was ist mit der Batterie los? Warum hast du die ausgemacht? Ich habe gar nichts ausgemacht Warum war die aus? Keine Ahnung Wahrscheinlich hat die keine Energie mehr Batterie? Nee, die erste Habe-Dübe-Dübe Habe-Dübe-Dübe Ich weiß nicht, was mit der Batterie ist Ich habe es jetzt wieder angemacht Wie bist du da zugange? Ja, die Antenne ist ja Ganz klein Ja, nicht sehr groß Auf dem Auto ist es kleiner Ja Ja, dann Ja, das ist ja wirklich Ja Ja Das sieht aus, als ob du so rumhüpfen würdest Ja, das ist ein Lowrider jetzt Richtig weird Wuhu Okay, schnell drehen Drehen, drehen, drehen Oh Okay Äh Marcel Ja, warte Ey, lass mich bouncen Nein, komm mal bitte Was denn? Ich kann gerade nicht gucken Der Stationsblock ist Warte kurz Warte kurz Ich muss kurz eine Runde fliegen Ich bin Ichi, da raus Oh shit Ist kaputt Oh, du hast kaputt gemacht, oder? Das Auto ist alles noch super Wie? Äh? Was hast du denn da gebaut? Ja, sieht gut aus Der Stationsblock ist einfach umgefallen Das Ding hat die komplette Verankerung von dem Stationsblock zerrissen Ja, weißt du mal Bescheid? Antennen sind schwer, brauchst mindestens zwei Blöcke Ey, wie sieht es überhaupt aus? Alles so richtig ätzig Ey, überall liegen hier Stahlplatten rum, weißt du So, gebaute Gerüste Ein kaputtes Auto Was, kaputt ist das? Geht zu gut Ey, natürlich ist es kaputt Wie kaputt ist es denn? Auf einer Skala von Sagen wir mal so Auf einer Skala von 1 bis 3.000 Sagen wir mal ganz kaputt Ja, auf einer Skala von 1 bis 3.000 5 Millionen Ne, wir haben ja noch zwei Räder Und ein Spraster Was machst du jetzt? Reparierst du das? Klar, da kann man noch was treten Also ich reparier das jetzt Da kann man noch was treten Gib mir den Snickers und das Ding ist wieder Alter, die gesamte Welt war potestlich Ey, ohne Spaß, ne? Ich falle das einfach so aus, wie du über den Fels so drüber gebounced bist Ich bin, wollte noch landen, ja, hab den, äh, 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 äh Abgebremst, den Fall Hab leider nicht sehen können, dass hier ein Loch ist und dann, ja Alter, du bringst mich wieder um Eins kam zum anderen Ja, ja Oh Gott Wir hätten's quasi noch retten können, aber jetzt ist leider zu spät Ich sag ja, du fährst genauso schlecht, wie ich fliege Wenn nicht sogar schlechter Das hab ja noch nicht mal ich geschafft Ne, also War noch was in dem Cortana drin? Ne Sicher? Ja Also ich kann, äh, ich glaube locker noch zwei, dreimal das Auto zerstören und bin immer noch besser als du beim Fliegen Ja, er will dir erst nur einen Hm Wollen wir da nix ein, so wie ist so Bitte? Ist so Haben, naja, gut, dann kannst du das nächste bauen Ja Meinst du, es bringt was, wenn man drei Räder, also auf jeder Seite drei Räder hat? Für die Stabilisation höchstens Aber Inwiefern was bringen? Ja, das ist stabiler halt Er könnte, aber ich hab keine Ahnung Wir haben nicht genug Kommunikationskomponenten Für die Antenne? Mhm Das ist blöd Eisenbarren und Silizium So ist die Frage, boah, ich baue das jetzt einfach hier, ne? Ach, komm jutsch Na ja, die Sonne kommt raus Juhu Ach, komm scheiße, ich baue das an der Station In deinem Schiff werden auch keine mehr sein, ne? Äh, nein Da ist, äh Moment, da lagen doch noch welche Nur noch Panzerung, ja, waren das welche? Da lagen noch 32 in dem Loch Waren das nicht nur noch 17? Oder, also, ja gut Okay Boah, Marcel, du schaffst es einfach jedem seine Hoffnung innerhalb von drei Sekunden zu zerstören Mhm So ist das, ne? 17 Ich glaub ja, du meintest, da sind nur 17 oder Du hast ein paar mitgenommen und letztens noch 17 oder so Hm Irgendwie so, glaub ich, war's Reicht trotzdem nicht Ne, scheiße, ne? Ist die Frage, bringt das überhaupt was? Ja, weiß ich nicht, ne? Ja, toll, dann fehlt uns eine Scheiße, ne? Hol mal die anderen Ja Muss gerade bauen Ey, du machst es ja einfach weh, das Ding explodiert Dann explodiert sich auch mal eine Explosion haben hier Ey, du hast das Schiff zerstört, reicht dir das nicht? Was für ein Schiff? Äh, Fahrzeug Ja und? Ich will Explosionen Du hattest schon eine, ja? Du darfst immer hier Spaß haben, weißt du, denkste? Und ich nicht, oder was? Du bist durch die Luft geflogen! Ja und? Das war lustig Ja, siehste, du hast so deinen Spaß Oh, Jäger-Cockpit da drauf packen Ja, gute Idee Das war eine sehr formidabel Idee von dir mit dem Jäger-Cockpit Danke Allerdings, ich muss dir eins sagen, das passt gar nicht drauf Doch, passt Wollte ich nur ein bisschen verarschen Das ist so groß mit dir So, wie kommt ich jetzt? Ich will einfach nur nach oben fliegen, du dreckst Ding Warte mal, trägst du einfach mal an Sag mal, was muss ich denn zerstören, damit ich hier blöde Kommunikation in dem programmierbaren Block nicht Was muss ich denn da kaputt machen? Äh, ich hab keine Ahnung Woher, woher? Woher hast du denn so viele? Wie so viele? Die waren im Schiff irgendwo drin, glaub ich Ja, da war das die Frage wo Weiß ich nicht I can tell you that Der ist irgendwie sehr unnutz, gerade Du musst doch mal ein bisschen alleine klarkommen Biegen Woher meine ich? Ist es die? Ja So Oh, man kriegt aber kaum welche raus 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 Das brauchst du denn jetzt, sind Schiffe oder ein Fahrzeug wieder? Ne, ne, ein Fahrzeug Smaller Small one Ja Dieses drehen, ne Wie genau musst du... So, okay Ich sehe hier gar nicht Das soll nicht da dran kleben, verdammt Das kann man nicht anders bauen, ne Ah So Zack In welchem Loch war denn das? Da Ja Ja, schön, dass da hinten dir Die Unser Turm Nutzt jetzt zwar Energie, aber Naja, das ist halt ein bisschen kacke, ne Weil... Wenn du sagst, braucht man eine Batterie vielleicht hin Ja, gut, aber das bringt ja letztlich auch nicht wirklich was, oder? Wenn wir es verbinden können, schon Ja, dann Ja, aber wobei ich ja immer noch nicht weiß, wie das mit Strom ist Das Blöde ist, wenn du das, sag mal, verbinden, also nicht verbindet kriegst, dann sind die Batterien da halt leider umsonst gewesen Das ist ziemlich scheiße Na gut, dann ist da hinten eh alles umsonst gewesen Wir kriegen das nämlich auch so nicht verbunden Na gut, das stimmt wohl Ja, aber die Batterien würde ich ärgerlich finden, weil wenn die schon Energie jetzt drinnen hätten Dann hätten wir auch nicht mehr als jetzt Was denn? Wenn die Energie gespeichert hätten, hätten wir da jetzt mehr Energie als vorher Ja, aber was kriegen wir denn jetzt voraus an Energie? Ja, von da hinten nix Ja, deshalb, wenn wir da jetzt eine Batterie hinsetzen, dann haben wir genau so viel wie jetzt Ja, aber wenn die voll sind und wir das nicht verbunden kriegen, dann hätten wir die Batterien ja dahin gesetzt, kriegen nicht mehr alle Ressourcen raus Und die Energie, die wir dadurch gewonnen hätten hätten, hätten tun können Haben wir auch nicht So, Container, was war da drauf? Mitnehmen Mittlerer Land? Mittlerer Land? Geht der überhaupt? Na, geht Oh Gott Und der in die Panzerung Hallo? Hm, ich glaube Das ist ein Problem, wisst ihr Internet Oder so Ich glaube, das ist doch raus, ne? Nee AfK Toll Toll der wo er ist, Toll der wo er ist, Toll der wo er ist Alter, ich bin doch hier hoch, Mann So Zack Die Frage macht man das hier ab Damit es möglichst schlank ist Na, schauen wir mal Und da ist der Anruf beendet Ach verdammt Ich denke mal, der wird gerade ein bisschen Problem haben, wie sie Internets Logischerweise So 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 Abwesend, Mann, 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 Mann So Zuck, zuck Jetzt er raus, ne? Ja Jetzt er raus Jetzt er raus Fuck Scheiße, so kann ich es nicht hinsetzen, oh Mann, ey Komm schon Fuck, ich krieg's da nicht hingesetzt, das ist doch scheiße Ich glaube, so ist falsch, ne? Ne, perfekt Ne, perfekt Wunderbar Sein Inet ist weg Ah, wurde ihm geklaut So Noch mal kurz Mal kurz gucken, ob er noch was geschrieben hat Ja gut Dann Da er sich so, äh, unschön von dann gemacht hat, der liebe, werte Herr Würde ich sagen Belassen wir es, äh Gerade mal dabei In der nächsten Folge werden wir mal gucken, ob wir das Problem gelöst bekommen Aber nee, warte mal, ich mach mal noch schnell noch was Äh Ich will mal kurz noch so eine schrägen ransetzen Wenn wir jetzt erstmal gucken, wie wir die jetzt, äh Warte mal, dafür mach ich ein Ding fertig, dann Aber da komm ich dann nicht mehr ran So Äh, aber wobei ich komm an die anderen auch nicht mehr ran teilweise, ne? Naja Lass uns mal schauen Ist ja auch nicht so wichtig, wenn sie kaputt sind Mein Gott Ich weiß gar nicht, ob die mehr Stabilität bieten würden Ich glaube nicht Aber wer weiß Wer weiß, wer weiß Ich will das noch schnell hier ran machen Einmal zack Zack In der Mitte gleich noch ein und dann haben wir es aber Und dann sehen wir, ob in der nächsten Folge wir das irgendwie hinkriegen, dass wir das irgendwie so connected haben Oder connected bekommen Irgendwann ist mir viel eher so Das wäre ziemlich geil, wenn es gehen würde Dass wir das so WLAN mäßig verbinden Das wäre schon ziemlich fett, würde ich sagen Aber, ich weiß es nicht Ähm Muss man mal schon Oh, warte mal, was ich eigentlich echt noch gerne machen würde, ist ein Erzsensor Ich guck mal ganz kurz Erz So, wie groß ist der Erzsensor? Würde der hier zwischen passen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, shit Ah, das ist jetzt ärgerlich, weil wenn der hier zwischen passen würde, wäre es mega gut Warum passt der hier nicht zwischen, ey? Fuck Ah, schade Oder? Herstellungskomponenten? Okay, warte, das mach ich noch schnell Dann kann ich nämlich den Da einfach mal eben ranbratzen und dann ist gut Komm schon, komm schon Ah, verdammt Muss ich einmal außen rum gehen So Passt der jetzt, der, warte mal, passt der dazwischen oder nicht? Ja, perfekt So, machen wir einfach da hin Weißt du, ne, da will ich ihn gar nicht haben, scheiße So, ich würde den eigentlich gerne eins weiter nach vorne haben Einfach nur für die Symmetrie Ja, schön Äh, warte kurz So Da So, wunderbar Das ist erstmal so das Grundgerüst, mal gucken, wie es dann letztlich aussehen wird Wenn es fertig ist, kommen wir noch ein paar Reifchen dran und so weiter und so fort Lämmchen kann man hier vorne zum Beispiel ranmachen, muss man mal gucken Äh, Aufhängungen fehlen natürlich dann noch Und, äh, Thruster, genau, da muss man mal gucken, wie man die alle ranmachen kann Aber an der Stelle würde ich sagen, belassen wir es dabei Ich bedanke mich bei euch für's Einschalten Bis zum nächsten Mal Haut rein